Gegen alle Gegner kann ich mich nun auch nicht wehren. Wo bist du denn grad? Warst du das hier grad vor mir? Wiss ich nicht. Ich bin der, der da grad am Boden ein kurzes Nickerschen war. Ach, ein kurzes Nickerschen. Ja, das ist ja unser. Der beherzte Sprung zur Rettung und den hab ich ehrlich nicht gekriegt. Ui. Also entweder ich hab ganz schlecht geschossen oder weiß auch nicht. Boah, hier kommen wieder die APG ist geflogen. War da grad jemand hier oben? Ach, ja, total. Die Treppe hat wohl etwas große Stufen für mich. Was? Wieso überlebt der das denn? Was? Aua. Jetzt hört doch mal auf hier, Granate. Bin sie da schon wieder aggressiv bei dir. Ich seh zwar niemanden, aber schieß mal doch einfach mal. Gut, das hätte ich mir vielleicht überlegen sollen, einfach so unterbrechen zu schießen. Bisschen. Bisschen. Karton hab ich's leider nicht mehr geschafft. Spawn Bag. Aha. Ja, dann geben wir doch zwei. Oh, da hinten sind schon so zwei, die ich gesehen hab. Kann man hier... Oh, ja, kann noch einen. Nein, die haben das... Bringt mir ja die Dinge hin. Das hat's... nicht so toll funktioniert. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Doch. Geh weg! Jetzt, äh. Wie kann er der von da drinnen... Naja. Das ist unser, ja. Was? Irgendwo einen Schuss herabgekriegt. Und, das tat mir nicht gefallen. Jetzt haben die hier die Tür zuges... Zoll... Tür... Tür zugeschlossen. Ah. Ah, von... Aha. Den hab ich ja... sehr schnell gesehen. Okay. Ja, dann sehen wir das so... total kommen und weiß, man ist... in der nächsten Sekunde. Au, okay. Die sind wohl alle ein bisschen besser als ich. Meinst du? Ja. Also als ich nicht. Algo ist ja... ist ja... 18.4 oder was? Ja, 18.4 wäre schön. Ist doch 18... 18.4. Haha. 18.4 wäre okay. Oh, der hat mich also nicht gesehen. Oh, da... Oh, jetzt kommen wir da hinten. Welche Oblecke? Komm hier, wir... ...hier nochmal von wo... Oh, 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 oh. Geh weg. Ups. Gut, ich glaub, wir nehmen mal die hier wieder. Was? Ein schnelles... ...geswitche. Pam. Hier sind bei Kill 80. Einer bist du. Achtung, da ist jemand. Ich weiß, hab ich schon gesehen. Ich lauf ja hier völlig frei rum. Juhu. Och maaann, das kann doch nicht sein. Ja, ich meine, warte. Ich... Wiederbeleb dich. Mich? Ne, das war's gar nicht, du. Aber irgendein Außenkorn... Uuuh. Danke, dass meine... Was ist denn hier? Hallo. Danke, dass meine Laufentaste gerade nicht mehr ging. Oh. Oh, Granate vor mir, Granate vor mir, Granate vor mir. Da baue ich doch schützen das Medikit vor mir auf. Oh, da ist einer. Ding. Treffer. Versengt. So, ich bin... Hallo. Ich bin im Auto. Geh weg. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Baum, geh weg. Da ist jemand. Hä? Ich liege in einem schönen... Ich glaube, es ist ein weißer Bus. Fuh, voll die Granate. Wo sind sie alle? Äh, ja, vor mir. Hinter mir? Ne, mir. Das ist dann bei Pteft. Juhu. Geh weg. Ich hab ihn. Juhu. Ah, toll. Warte, ich schrecklich. Sehr schön. Hilfe. 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 Bei Kill? Wie lange das immer dauert, bis du hast eine Granate aus dem Bindel da rausgesucht. Ich muss ja erstmal ein bisschen kramen. Ja, ich war keine Granate, Mörser. Auch mehr gar nicht, nehmen wir trotzdem mit. Stimmt, der Mörser hat ja auch keine Magazin begrenzt. Das stimmt. Hau ab! Wo ist sie denn? Da oben. Streck mir dein Köpfchen entgegen und du... Was? Kommt denn der schneller? Also ich stand doch ziemlich frei, aber... Und hinten darf jetzt niemand kommen? Juhu! Kopftreffer! 67 Meter! Kopftreffer! 67 Meter! So soll das eigentlich... Oh! Laufen! Ich hab mich hier mal ins gegnerische Haus geschlichen. Und die beboxen mich hier mit Granaten. Boxen! Die töten einen nach dem anderen von uns hier. Aua! Aber mich erwarten sie hinten mit dem Glück nicht. Aua! Juhu! Aua! 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 Meine Ecke! Angst Ecke! Wir sind wieder runter. Mist! Verlagert sich das Spiel wieder nach unten. Aua! Aua! Da ist er mit! Warum komm ich denn hier nicht drüber? Ach! Weil da ein Männlein von uns unten liegt. Oh jetzt! Jetzt! Zu weit oben getroffen. Der ist schon tot. Ach! Gibt's gar nicht. Der denn da? Ja. Das macht auf jeden Fall, dass ich mehr was und getan habe. Egal was er gemacht hat. Jetzt höre auf. Aber ich stehe ernsthaft gerade hier der Ganghauer und fliegt jetzt hier aus. Gut. Ich wollte doch nur mal gucken was hier drin los ist. Hallo! Werde ich wiederbelebt? Ja! Und ich sterbe natürlich gleich wieder. Werde wieder wiederbelebt. Und sterbe gleich wieder. 14% 14% Nein. Betreten wir das Schlachtfeld woanders? Reicher Retter. Reicher Retter? Ein Reicher Retter. Kein richtiger Retter sondern ein Reicher Retter. Juhu! Ja gut. Ey das war so. Kopftreffer. Mit Doppelstowle. So jetzt sieht es doch nicht unbedingt besser aus. Was? Aber 1923. Oh. War glaub ich nicht ich. Aber sah gut aus. 2518. Ey. Die fallen alle oben vor mir. Tja. Seh ich denn wirklich so schlecht aus? Hast du dich mal wieder gewaschen? Ne. Und da fragst du dich wieso? Aua. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier rein. Wenn ich hier ist. Äh. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Oh. Ein effizienter. Ein effizienter. Ein effizienter. Ein effizienter Medikalius bin ich. Ah hier auch noch ein. Oh. Drei. Und dann kommt einer von hinten. Entschuldigung. Wie. Der hat ab. Was war das denn? Kann der nicht mehr als eine so ne komische Rakete hier abschießen? Leider nein. Der war tot. Oh. Sehr gut. Wie müssen die denn immer auf der genau anderen Ecke dann so stehen? Und müssen die immer noch mit dem letzten Schuss einen noch mitnehmen? Man ist, man ist eigentlich schon um der Ecke und dann kommt irgendwo noch so ein rechtwinklicher um die Ecke fliegender Schuss. Oh. Da war doch jemand. Wo ist denn dieser komische Laser, der mich da die ganze Zeit... Ach da hier. Oh. Hey, ich hab ihn doch getroffen. Jetzt! Ein gerade... Gerade Zugverschluss. Aha. Gibt's das Wort so? Gerade Zugverschluss? Ja, ein gerade Zugverschluss. Ein ganzes Wort. Oh. Oh. Aber der nützt mir ja was. Tut er das? Ich glaube ich, dass ich zwei Beine dran habe. Äh. Wo ist es denn? Hier. Zwei Beine ist besser als ein Bein. Aha. Oh Gott. Ja, der war... Der war doch gut, der Witz. Ach, ich bin voll davon überzeugt. Oh. Jetzt geht das hier los mit dem ganzen Zugespamme von allen Granaten. Oh Gott. Ja, das ist kein... Man könnte sagen, ich hab einfach vergessen zu schießen. Also wenn die Granaten in Wirklichkeit auch so blinken würden... Das sind halt die paar Granaten. Dann... Schafft man das ja. Okay, Jungs. Jetzt noch fünf! Lösch sie alle! Noch fünf! Wir gewinnen. Meinst du? Ja. Oh. Jetzt war ein Traum. Da sitzt da einer im Schaufenster. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Granate. Pingpong. Ich hab zwar vielleicht nicht zum Sieg beigetragen, aber gut. Na gut, viel, viele Punkte, aber ja. Was haben wir denn so bekommen? Sturmsoldat. Aufklären. Na, wenigstens ne gerade Zugverschluss. User in your channel timed out. Oh. Da ist er wohl... Abgeschmiert. Naja, egal. Wir sehen uns dann, denke ich mal, beim nächsten Mal. Mal sehen, was es dann wieder für eine Map wird. Mal sehen vielleicht auch mal eine, die wir so einigermaßen beherrschen. Und ja, von mir und Alba wahrscheinlich bis zum nächsten Mal.